Musik Einen wunderschönen guten Abend! aus dingesbühl hier mal wieder ein kleines video ich bin jetzt leider die letzten tage noch nicht dazukommen weil es ziemlich hektisch war bei uns in der werkstatt war ziemlich viel los hier haben wir einen puzzle gehabt den mussten wir relativ zügig fertig machen darum konnte den gar nicht so filmen hier oben haben wir eine büttner solaranlage drauf gemacht einmal eine 110 watt und einmal eine 80 watt platte und dann haben wir innen drin einen kleinen wechselrichter reingemacht und eine diesel luftheizung von der firma ebersbecher untersitz variante ist schon älteres modell aber schickes fahrzeug und das musste man relativ zügig fertig machen weil die damen in urlaub fahren und da war ein bisschen termindruck darum haben wir da keine zeit gehabt was ist aber noch so passiert oder was passiert noch so in dieser woche da nehme ich euch jetzt mal wieder mit rein in die wärme wobei jetzt ist ja das wetter schon ein bisschen besser geworden heute schauen wir mal wie es die nächsten tage wird ja hier steht noch unser detlefs nicht wundern der ist hier absolut in den letzten zügen der wird am samstag jetzt abgeholt da mache ich aber am freitag noch mal ein kleines finalvideo weil da noch viele 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 kleinigkeiten dazukamen das werde ich euch noch mal zeigen das hat sich alles ein bisschen verzögert zum einen natürlich aus der thematik raus weil termine sehr voll sind aus der zweiten sache weil die ware immer nicht so richtig geliefert wird wie man es braucht und zum dritten weil bei dem kunden eine kleine operation dazwischen kam was aber alles glimpflich und gut verlaufen ist und jetzt freut er sich schon am samstag das wunderschöne fahrzeug endlich wieder entgegen zu nehmen da haben wir noch zwei airline schienen reingebaut aber wie gesagt das zeige ich euch nun mal alles extra weil das ist echt nur ein haufen zeug was wir da noch reingebaut haben dann haben wir hier einen nagelneuen zefiro stehen der kriegt auch eine schöne ladung an technik verbaut ein teil hat er schon verbaut den hat schon ein bauen lassen wir haben hier ein neufahrzeug direkt vom händler hierher gefahren der hat gerade mal ich müsste jetzt lügen ich glaube um die 400 kilometer auf der uhr funkel nickel nagelneu da nehme ich euch jetzt mal kurz mit rein zefiro plus ein sehr sehr schönes fahrzeug hier haben wir schon unser leider stehen was kriegt er natürlich solar er hat schon eine platte drauf dann nehme ich euch mal kurz mit hoch hier hat er schon mal eine platte und wir machen jetzt aber noch mal eine richtig schöne das ist so ja ihr wird es nicht aussprechen aber es ist trotzdem relativ günstige platte wir machen jetzt noch schöne oder eine ziemlich starke von der firma büttner drauf mit 160 watt da haben wir da hinten noch schön platz satanlage ist drauf ja hier die zwei dachdurchgänge ja ist nur jede menge platz für erweiterungen kann man mal sich nur ein bisschen austoben wenn man möchte aber wir haben muss ja nicht immer alles gleich sein so dann kriegt er hier steht er schon ein max wenn den wir hier verbauen wo bauen wir denn rein das zeige ich euch nicht wie typisch in einer schon vorhandenen dachluke jetzt machen wir hier mal licht an zack und zack damit sie heller wird sondern weil hier ist es so schön verkleidet da wäre es schwachsinn wenn wir das hier einpassen würden das finde ich auch nicht so praktisch weil das fahrzeug ist ja ziemlich groß wenn wir den hier rein machen dann hat man zwar über dem bett einen aber dann da vorne natürlich nichts mehr wenn man da vorne rein machen da ist natürlich das hege sehr groß dann ist er wieder zu weit weg von hinten und darum haben wir uns entschieden wir machen den hier rein genau hier wo ist mein finger hier genau hier machen wir rein weil dann können wir hier gleichzeitig den effekt nutzen dass man wenn man duscht so ein bisserl den abzug mit nutzen kann als max wenn damit er die feuchtigkeit raus bringt und das nicht so hier im fahrzeug weil hier haben wir über der dusche nur dieses kleine abzugs ding hier und dann teilen wir das so ein bisschen dass er hier nur so ein bisserl über steht weil hier haben wir die küche wenn man hier ein bisserl kocht dass auch dann entsprechend dieser kochdunst gleich mit ausgezogen wird und dann ist es natürlich mit zwei fliegen mit einer klappe geschlagen und ist eine sinnvolle umrüstung tolles fahrzeug wie ihr seht hier auf dem betten ist die folie drauf alles funkel niegel nagelneu also echt eine tolle geschichte schöne große dusche also echt echt schön ich gehe mal ein bisserl auf weitwinkel dass man ein bisserl besser sieht also das ist echt tolle sache dann haben wir noch vorne ein bett zum runterklappen hubbett oder klappbett oder was man immer dazu sagen will das klappt man halt einfach runter muss man natürlich die fahrersitze unten rumklappen so was kriegt der noch dann bauen wir hier noch einen wechselrichter ein hier hat er schon von haus auf eine liontron 200 amperestunden lithium verbaut und wir machen hier nur einen schönen wechselrichter rein natürlich wieder mit netzumschaltung damit da dementsprechend das alles sauber und ordentlich funktioniert und man überall strom hat dann verbauen wir hier vorne noch ein neues alpine navigationsgerät und zwar das du 903 wo man das display drehen kann und dann kriegen wir hier auch noch eine vipro alarmanlage rein mit dem profinder das verbauen wir hier sauber und ordentlich mit einer anständigen db antenne damit man hier richtig empfang hat also das macht richtig sinn der hauptschalter ist hier unterm sitz angebracht natürlich vorne das einzige was mir aufgefallen ist das ist mal leider gottes serienmäßig wenn man das hier mal anschaut auf der liontron batterie wenn wir hier mal den plus bull angucken was für dünnes käbelchen hier genommen wird natürlich ja jetzt kann man sagen ist natürlich ausreichend für uns ist jetzt nicht ganz so ausreichend weil ich dann den wechselrichter nicht auf die mit dem kabel zumindest nicht auf die auf den hauptschalter klemmen könnte also da müsste man wenn man das wollte einen komplett neuen kabelsatz einziehen weil das da funktioniert nicht und wenn man das da guckt also naja egal hier haben wir die ganze masse kabel dafür ist okay und hier natürlich der sicherungskasten und hier machen wir eine kleine abkastung noch mal rein damit unser wechselrichter da noch reinpasst den kennt ihr ja mittlerweile den 1500er vom büttner verbaumer hier ist ein gerät was zuverlässig funktioniert und für den anspruch des kunden reicht ja vollkommen aus das möchte er so haben und ja dann haben wir hier den fernseher tolle sache haben wir ja schon hier verbaut da ist die sat geschichte und alles dementsprechend schon dran dann machen wir hier unser display rein für den wechselrichter dass wir den ein und ausschalten können ja und dann sind wir hier schon wieder durch dann kriegt er noch die airline schienen auch die kriegt auch dieses fahrzeug kann nicht airline schienen hinten rein den machen wir aber gleich vier stück rein weil wenn wir hier mal rein gucken da haben wir den platz dafür da kriegen wir nämlich hier an die wand zwei stück und hier an die wand zwei stück damit man dementsprechend links und rechts befestigen kann die garage gibt es leicht her dann kommt hier noch ein fahrer träger drauf den wir montieren damit man auch die ebikes mitnehmen kann und dann nehmen wir noch verbauen wir noch eine kamera für das abwasser unten damit man mit dem kanal also mit dem auslass vom abwasser sauber über den kanal fahren kann also sprich über die rost geschichte bei der entsorgungsstation um dann das wasser sauber abzulassen ja das ist ich hoffe ich habe nichts vergessen das wird jetzt heute abend fange da noch ein bisschen an und morgen und am freitag das thema wann und auch der detlefs da drüben noch das thema wann damit er noch gar fertig wird und dann werden die fahrzeuge am samstag wieder geholt weil nächste woche ist hier auch wieder ziemlich viel was los hier haben wir den wechselrichter dementsprechend wo wir hier verbauen den büttner den 1500 watt und hier habe ich nur zeitschrift liegen und zwar die pro mobil und die waren bei uns die jungs und haben uns einen schönen artikel gemacht von der firma liontron ging das aus über die liontron batterie da haben wir eine 200 ampere stunden untersitz liontron verbaut mit zweimal viktron ladebooster und da haben sie einen schönen ein paar artikel von uns gemacht hier mit schöne bilder also tolle sache sind wir auch in der phase oder in der zeit sind in promobil ins promobil heft gekommen also da freuen wir uns echt mächtig drüber war tolle sache und vielen dank dafür auch an liontron und an promobil für den tollen artikel ist echter schöne sache ist die april ausgabe wo wir da drin sind also wer da interesse hat kann da gern noch mal den artikel lesen über die batterie und auch so ein bisschen was über uns und wie wir das verbaut haben hier haben wir natürlich noch die netzumschaltung netzvorrang schaltung liegen dann haben wir hier das display liegen von büttner wo da entsprechend verbaut wird mit der kabelei da nehme ich euch morgen wieder mit da zeige ich euch morgen wieder ein bisschen was da hole ich noch etwas dazu das einbau video wird auf alle fälle folgen wie wir das wieder alles sauber ordentlich hinkriegen und nächste woche habe ich auch ein paar interessanten geschichten dann haben wir auch schon unsere erste wcs bestellung hinter uns gebracht weil wir da einen kunden haben der viel solarplatten und mit den wcs platten konnte man das verwirklichen von der größe her tolle geschichte mit die active fire tolle tolle sache da freuen wir uns auch schon drauf solar regler wcs active fire platten wcs also ganz ganz super geschichte da freuen wir uns schon riesig drauf ja in dem sinn war das ein kurzes video was bei uns so los ist gerade aktuell was ich noch ansprechen wollte ist wenn ihr ein fahrzeug habt wo ihr verkaufen wollt wir sind gern bereit euch das fahrzeug abzufilmen nicht nur auf meinem kanal sondern auch auf den camper tobi sein kanal und und das dementsprechend mit einer sehr großen tragweite zu präsentieren hier in den gespiel können wir das fahrzeug abstellen können es hier auch zeigen wir haben große fläche dafür haben wir ja auch schon mal gezeigt weil ich auch demnächst noch mal einen extra film drüber machen damit man weiß wo das dann noch steht eine anständige auszeichnung und wir kümmern uns dann anständig drum damit das fahrzeug ordentlich verkauft wird dann habt ihr die ganze arbeit los und müsst euch nicht den ganzen besichtigungs kram und so weiter geben also wenn da interesse besteht gern eine e mail an uns oder anrufen bei uns überhaupt kein problem da freuen wir uns drüber machen wir gern und bringt euch ja auch ein bisschen was weil wie gesagt dann habt ihr die ganze arbeit nicht damit und können euch gern ein bisschen unterstützen indem wir das für euch tun wenn da interesse besteht so jetzt habe ich wieder genug gequasselt jetzt muss ich noch ein bisschen was tun noch ein paar angebote fertig machen und noch ein bisschen was arbeiten in dem sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen abend alles gute bleibt mir gesund in der jetzigen zeit und ich freue mich schon wieder aufs nächste video wo ihr euch zeigen kann bis dahin alles gute und bis bald euer mika team bis dann ciao ciao